So, Servus Ending! Wir haben uns Tickets gesichert in der ersten Reihe, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Oder? Ich baue mir kein Ticket sichern, aber mir kehrt die Buben. Mir kehrt das einfach, indem wir das spielen. Naja, nur zu vergessen, wir sind hier im Metze Power Cup. Ja, Entschuldigung, Metze Power Cup sind wir Leute. Ja, also muss ich den mal korrigieren, weil... Genau, man tut es ruhig. Was habe ich recht? Ja, die Rangers gar nicht. Wir sind hier und haben uns Tickets gesichert. Ja. Wir sind im Metze Power Cup. Ja, meine Mannschaften spielen gegeneinander. Du kannst dich zuschauen und beobachten, Scouten zwischen Paris und den Rangers. Eine harte Entscheidung für mich. Paris steht derzeit an der Spitze der zweiten Liga. Aber die Rangers, mehr Herzblut, wie es auch im letzten Spiel erwähnt bringt nichts. Wenn man mit einer Mannschaft das gar nicht so will, aber erzwingen will. Ja, so ist es mir auch gegangen. BK hacken wollte ich herrlich mehr. Boah! Hast du es gesehen jetzt, oder? Ja, jetzt gibt es halt ein Old Firm Derby. Dafür. Ja, wer sichert sich das Ticket? Die Rangers oder doch Paris? Das letzte Ticket. Ja, dann werden wir auch sehen, wer spielt im Viertelfinale gegeneinander, obwohl ich das ja schon so klein weiß. Na, Schäfe. Aber ich werde es ja dann wissen. Oder vielleicht inzwischen im Halbzeit, weil ich schon die ersten, die durchlesen. Und auch noch wichtig. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt erst entdeckt, dass Sing auch RM spielen kann. Ah, verdrückt. Uh, hat harmlos ausgesammelter Schuss, hat dann schon an Schärfe zugenommen. 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 Wunderschöhnmetro. Ja, das istbone. Speich. Na. Und zwar. Ooh! thinking. Ich weiß das nicht. Na gut, wirf gescheiter aus, du warst so quasi zurück, pass, wirf gescheiter aus, mach's noch mal, das ist ein gutes Darby, also mach's gescheit, hängen geblieben, freu, dass du dich jetzt echt geduckt habe, aber. Ah, McRigger, er hat auch deutlich Verband. Ah, da hängt es sofort an. Ja, Paris spielt hier ein bisschen stärker auf zur Zeit. Er hat Pathglory rausgeschmissen mit 4 zu 1 in der ersten Runde, die Rangers haben Popern, das ist der Team, 3 zu 1, was sie bewertet hat. Ja, 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 nein. Nein. Wenn er sein Rückpass war, war er schade. Tja. Knapp war doch. War ein Versuch wert. Ja, war ein Versuch wert. Wenn ich aber nacht, so weit wie er draußen war, kann er noch nicht ganz zurück sein. Ja, also Viertelfinale kann ich ja jetzt schon mal sagen. Venedig gegen Salzburg, Wiesler-Krakow gegen Lotte, St. Pölten gegen Rapid und der Lask empfängt da heim. Den Gewinner dieses Spiels. Oha. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Zweitligisten im Halbfinale. Das ist schon für den ein beschäftigtlicher großer Erfolg. Ja. Ja. Weiter muss ich die aussehen. Was ist die zweite Mannschaft das? Lotte. Lotte. Genau. Oh. Wenn man in Paris wieder einmal kommt und wenn es Venedig schafft, geht es auf. Also, Millicard besteht aus mehr, aber eines als fix. Ja. Genau, so wie eine erste Liga-Mannschaft fix ist. Oh. Da. Das ist mir falsch, ne? Das ist mir vielleicht auch eine Partie. So wie eine so eine... Lucky Punch Partie. Lucky Punch Partie, ja. Aber da schiebt einer dann, oder dann klickt einer ein Eifer oder... Wobei die Partie eigentlich gut ist, finde ich. Das ist ja gut, aber es ist zwar nicht. Die wird nicht 0-0 ausgehen, da wird sich einer, oder 1-1-Flears, aber die wird nicht 0-0 ausgehen. Oh, das wird zu viel. Oh, das wird auch schön. Alter, warum? Oh. Oh. Puh, 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 puh. Ja, ist ja wurscht, ich probier dich wieder mal, da krieg ich wieder mal ein Schosserl. Damit du ja nicht weinst, da bist ich da. Okay. Damit du ja nicht anfängst zu weinen. Ja. Sink leer. Aber ich fand ihn gar nicht verstanden, er hat einen Ballet, wo er gespielt hat. Ja, aber ich finde, er zündet nicht so wie... Du bist ein Gott! Du! Fast, Alter. Okay. Ja, ich bin wahrscheinlich hier viel zu sehr auf Haze festgefahren. Ja, man hieß es auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber so als Backup finde ich ihn jetzt nicht so schlecht. Ja, sicher. Oh. Oh. Boah. Und ich kann mit ihm auch besser umgehen. Oh. Das war jetzt falsch. Und kommt nicht am Ball. Jetzt, der Zahn kommt ja. Die machst du auch oft, diese Pässe. Die sind eben oft, die Pässe. Ja, viel zu oft, leider. Ja, da hätte ich ihm, glaube ich, dass er wirklich klingt. Normal passt. Wenn da mal Platz gewesen ist, und bis da einer nachkommt, kann er wieder losrennen. Uuuuh. Oh. Oh. So eine Phase, da kriegst du den Ball. Ich fahre einfach nicht weg, gell. Oh. Ja, aber das ist schon ordentlich jetzt gehalten worden, muss ich sagen. Oh. Jetzt ist es ehrlich. Hmm. Ja, 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 lucky bunch. Schöne herausgespielt, aber trotzdem lucky bunch. Aber ich hab's gewusst, ich hab's dir vorher gesagt. Ja, das stimmt. Aber es verdient sich an jeder das Weiterkommen, sag ich mal. Na ja, schöner Abzug. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Was hat mich da jetzt geritten? Was hat mich da jetzt geritten? Jetzt war ich überrascht, dass das so durchgegangen ist. Jetzt war ich sehr überrascht. Ja, das war's also voll, vielleicht mal mit dem Metze Power Cup wieder. Ja, das nix. Das nix. Wir sehen uns erst in vier Runden wieder. Genau. Wir stehen. In die Lingen. Genau. Und sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.